Freunde, ja guten Morgen. Mega müde. Ich habe gestern Abend noch ein bisschen ein Video geschnitten, jetzt habe ich ihn noch hochgeladen und hab dann noch ein bisschen Fernsehen geguckt und jetzt bin ich schon wieder auf dem Weg auf die Arbeit. Wir haben es genau halb sechs. In einer halben Stunde fängt schon wieder mein Arbeitstag an. Und ja, auf jeden Fall jetzt heute wieder ein Video. Ich merke heute Morgen schon, dass es ziemlich hart ist mit diesem täglichen Video hochladen, weil bei mir ist das Problem. Ich produziere was, ich schneide das und ich lasse es direkt hoch. Ich habe ja keine feste Upload-Zeiten wie andere Leute. Andere Leute sagen, okay, ich habe jeden Tag um 18 Uhr eine Upload-Zeit und dann sind die immer so in einem Tag im Verzug. Bedeutet, das, was die gestern aufgenommen haben, kommt heute um 18 Uhr zum Beispiel. Manch andere haben auch Let's Plays in seinem Kanal. Die produzieren ja en masse Let's Plays vor und wenn dann wieder ein Video, wenn ein richtiges kommt, dann schneiden die das mal so, wie sie Bock haben, wenn kein Let's Play aufgenommen worden ist. Bedeutet, dass die haben immer eine Menge Puffer. Nur ich mache das so. Ich produziere, ich schneide. Und dann, ladis hoch. Und das ist das Schwierige, was ich an der Channel sehe, denn ich würde sagen, es ist ganz egal, weil mein Kanal heißt ja nicht umsonsten Kiste Pro. Also, ich bin halt Pro, von daher, sehen wir uns später nach der Arbeit. Freunde, ja, vor genauer neun Stunden habe ich euch ungefähr gezeigt, wie ich morgens aussehe, wenn ich gerade aufgestanden bin, mich geduscht habe, mir Zähne geputzt habe, kurz was zum Snacken reingehauen habe und am Autositze auf dem Weg zur Arbeit. Äh, ja, jetzt habe ich schon wieder Feierabend. Und für euch sind ja die neun Stunden einfach nur ein Cut gewesen. Ich habe mir natürlich auf der Arbeit wieder Gedanken gemacht, was kannst du heute Lustiges oder Interessantes bringen, sodass deine 100 Abonnenten bis zu Weihnachten geknackt werden. Da ist mir eine coole Sache eingefallen, aber dazu brauche ich noch ein paar Intensilien. Die habe ich mir gerade online gekauft und hole die jetzt ab. Ähm, war eine Sache von, ich sag mal, bei Ebay. Hatte ich noch nie so eine schnelle Kaufabwicklung. Es war Anfrage. Zwei Sekunden später kam die Antwort. Dann habe ich gesagt, okay, gekauft, ich hole es ab. Jetzt bin ich schon am Weg. Und es wird auch, glaube ich, wieder eine lustige Geschichte. Ich kann es mir schon so bildlich vorstellen, wie ich es benutzen werde. Und, naja, um euch nicht lange auf die Folter zu sparen, würde ich sagen, zeig es euch einfach gleich, wenn ich es gekauft habe. Würde euch dann sagen, was für eine Idee dahinter steckt, wenn ich zu Hause bin. Also bis gleich. Dem Straßenverlauf zwei Kilometer zählen. Nicht die aller cleversten, denn es ist eine Einbahnstraße, fährt einfach rückwärts eine Einbahnstraße, macht ja nichts. Sie haben das Ziel erreicht. So, das wäre auch erledigt. Jetzt kann ich es ja auch eigentlich gar nicht mehr verheimlichen, was ich gekauft habe. Wenn man sieht es, ich habe mir einfach mal ein paar gebrauchte Skier gekauft. Die haben mich jetzt 10 Euro gekostet. Und daraus baue ich mir jetzt etwas richtig Geiles. Die Frau weiß ich, wie man sich damit vorhaben. Ich habe es ihr erzählt. Sie fand es ganz lustig. Ich habe sie auch noch nie gesehen und nie gehört, dass man überhaupt auf so eine Idee kommt. Ich würde sagen, ich war jetzt nach Hause. Bau doch schnell, bevor meine Freundin kommt. Wenn die wieder sieht, ist es nur Schrott gekauft, wenn wir es im Keller entrümpelt haben. Ist nicht ganz so geil. Deswegen muss ich sie von denen überzeugen und das kann ich nur, wenn es fertiggestellt ist. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich zu Hause wieder und dann bauen wir das Ding zusammen. Und ja, wird eine lustige Geschichte. Also bis gleich. Zu Hause angekommen. Direkt mal ein Stück Schokolade gegessen. Den habe ich mega cool an. Jetzt brauche ich noch. Das ist aus dem Kühlschrank. Einmal Energy aus dem Benick-Discounter. Oh ja, so lässt sich's arbeiten. Kier schnappen und los geht's. Also, Kier habe ich gekauft. Und jetzt habe ich ja schon was gehabt, die ganze Zeit, was genau unter diesem roten Schlitten ist. Tada, mein Baubica mit einer funktionierenden Hupnung. Folgende Idee ist, die Kier zu legen und die Kier jeweils unter dieser Seite und unter dieser Seite zu bauen. Sodass ich praktisch mit dem Baubica Schlitten fahren kann. Genau das machen wir jetzt. Und dafür kommt die GoPro wieder in meine geile Halterung und dann bauen wir das Ding jetzt zusammen. So Freunde, also das ist jetzt der Kier ohne die Bindung. Bedeutet also, ich habe jetzt hier zweimal sehr gute Arbeitsfläche mit vorgebohrten Löchern und gleichzeitig von einem Gewinde drinne, wofür ich diese Schraube hier benutze. Das Gute an der ganzen Geschichte ist jetzt, ich habe noch ein Stück Holz übrig. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Konstruktion, also diese zwei Skier, das muss die stabilste Konstruktion sein bei der Abfahrt auf meinem Baubica Schlitten. Weil wenn diese zwei Konstruktionen, diese zwei Schlitten hier auseinander gehen, dann zerlegt es mich in tausend Einzelteile. Von daher habe ich mir jetzt ein Brett zugesteckt, was genau die Maße von der Breite von meinem Baubica hat. Bedeutet, dieses Brett werde ich jetzt bestmöglich in diese Löcher hier montieren, dass ich hier schon mal in der unteren Konstruktion eine gewisse Stabilität habe, die ich benötige. Und das mache ich jetzt. So Freunde, also Löcher sind vorgebohrt. Jetzt verschraube ich dieses Brett mit diesen beiden Schieren, damit ich eine gewisse Grundstabilität habe. So Freunde, also wie ihr seht, die Schrauben sind ein bisschen zu lang. Ich lasse es jetzt erstmal, so ein Baubica ist alles ganz fertig. Aber wie ihr seht, ich habe hier schon richtig gute Stabilität drin. Und genau auf dieses Brett werde ich jetzt das Baubica montieren. Okay Freunde, also, ich habe mir jetzt wirklich lange Gedanken gemacht, denn ich weiß nicht, ob es hundertprozentig schneidet, wie es will, wenn wir da sind. Das Problem ist jetzt, dass wenn es nicht schneidet, ich das Baubica trotzdem benutzen möchte, um da mal einen steilen Hang runterzufahren. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt die Räder montiere und das ganze Baubica mit dem Brett verschraube, dann kann ich die Räder nicht mehr dran montieren, weil das sind so Einmachösen, sage ich mal. Wenn die Kaputzen sind, dann brauche ich neue. Die habe ich jetzt nicht. Dann kann ich auch nicht bestellen auf die Schneiden. Bedeutet also, ich habe eine provisorische Lösung hingekriegt und habe das Ganze festgezurrt. Sieht so aus. Fürs Erste, natürlich kacke bis jetzt. Ich werde noch versuchen, die ganzen Zugurte hier irgendwie drunter unter den Baubica zu verschrauben oder mir eine andere Lösung einfallen zu lassen. Aber fürs Erste ist es jetzt so. Und es fällt fest. Und genau so, wenn mir nichts anderes einfallen sollte, werde ich das auch im Kitzbühel ausprobieren und werde so den Berg runterfahren. Haut aufs Herz, wenn Schnee liegt, mache ich das. Es soll auch dann Nachtrodeln geben, bedeutet also, man kann auch nachts damit fahren. Und da will ich dann mit meiner Unterbogenbeleuchtung bestens aufholen. Jetzt mache ich mal eine Sitzprobe und gucke mal, wie das Ganze aussieht, wenn ich fahren will. Da ist der Räder drauf. Boah, das ist sogar perfekt. Da die Skier länger sind, dann werde ich die gar nicht aufschneiden. Das ist perfekt für die Füße. Dann kann ich so den Berg runterfahren. Dann kann ich jedenfalls hier mit Lenken, mit den Füßeln das runtertüren. Das heißt, so. Alter, ist das Maus. Okay, Freunde, ja, also. Hier ist mein Gefährt. Ich gebe mein Wort drauf. Wenn Schnee liegt. Die Rodelbahn geöffnet, dann werde ich das Ding ausprobieren. Hundertprozentig. Ich habe mega Bock drauf. Warum ist das denn jetzt schon von Haus der Fall? Aber wir haben sich dann auch gerade Schnee. Lass mir mal was einfallen mit den Zugurten. Aber fürs Erste, bevor meine Freundin kommt, damit ich sie jetzt gleich überzeugen kann, ist eine provisorische Lösung. Ich werde es noch ein bisschen anders handhaben. Wenn ihr Ideen habt, ich habe Zugurte, ich habe ein paar Ketten, ich habe Schnur, ich habe anders an Schrauben, ich habe eigentlich alles. Wenn ihr Ideen habt, wie ich es besser befestigen kann, anders breit, sodass die Räder dranbleiben. Schreibt mir das in die Kommentare. Von daher ist das jetzt die provisorische Lösung. Wenn ihr Ideen habt, wie gesagt, in die Kommentare. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns bis dahin. Peace.